Man sagt, die besten Surfer der Welt haben den meisten Spaß. Es geht nicht ums Wetteifern, es geht um den einen Augenblick. Wenn man ihn spürt, kommt man dem Gefühl der Ewigkeit so nah wie sonst nie. Mom, ich mach das entweder jetzt oder nie. Mein Zuhause verlassen? Meine Mom hat diese Vorahnung, mir würde etwas passieren auf der Reise. Und mein Dad, tja, er will nur, dass ich im Leben vorankomme. Und ich? Tja, ich will nur daraus und die Freiheit erforschen. Einfach los und zieh es durch einen endlosen Sommer lang. Was treiben zwei weiße Jungs hier mitten in der weiten Wüste? Surfen! An einem Ort wie diesem ist es leicht, sich in einem Augenblick zu verlieren. Einer anderen Kultur, neu und exotisch. Die Sinne des ganzen Körpers zu erwecken. Ich bin Annabelle. Ian. Die Kleine, oder? Ich verlieb mich in sie. Erzählst du mir von dieser perfekten Welle? Es ist beinahe, als würde die Zeit still stehen. Vielleicht verlasse ich diese wunderschöne Insel nie wieder. Jedenfalls nicht in diesem Körper. Ian ist in Schwierigkeiten. Mein Leben hat sich für mich verändert. Ich erzähle euch, was mir passiert ist. Ich fühle mich jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020